Kimbo ist in der Luft rum. Ja, das hat mich auch gefragt. So, bisschen Action da drin. Wow, sie hüpfen über den Zaun. Hallo und herzlich willkommen zurück zur Elektronone TTT. Heute gibt es hier Dinosaurierfilet im Dinosauriermuseum mit der beste Reaper. Hallo. Die Navo. Hallo. Der Cyberbot. Guten Tag. Und der Nala. Hi. Warum werde ich immer als letztes aufgerufen? Weil du als letztes in der Liste stehst. Und weil du als letztes erst dazugekommen bist. Das ist so die Gründe. Amnamnamnamnam. So, weil ich der Neue bin, oder was? Ja, genau. Sollst du vielleicht was an deinem Score tun, dann wirst du auch früher genommen. Wäre vielleicht eine Idee. Du weißt denn, jetzt bringe dich gleich um. Du musst aufpassen. Wer will die Aktentasche? Wer holt die sie? Oh, das sind Fässer. Und das sind Zombieleichen. So, wie es aussieht. Schreit du in die Aktentasche. Wie hört sich raus. Bildung. Und das ist ein lila Punkt. Ich guck da nicht hoch. Ach, das ist ein lila Punkt. Da. Das ist der Tod. Hört nicht auf ihn. Der pinke Starr. Ich will keinen pinken Starr haben. Ich habe voll Schmerz. Hey, ich habe Random Damage bekommen. Ja, ich habe nur noch mehr Scheiße, weißt du? Okay. Verdammt. 19 Prozent. Bitte nicht stören, ich habe einen Bildungsauftrag. Bildungsauftrag willst du hier Leute bilden? Oh, bitte, ich guck nicht hin. Ich guck nicht hin, Nana. Alles gut. Nana hat mich verletzt? Ja, hat er. Bitte nicht stören, ich habe einen Bildungsauftrag. Ja, ich stören hier. Ich muss Leute bilden. Nein, sie muss Leute bilden, sorry. Nein, da ist Nana. Verdammt, das hält nicht. Okay, wir balancieren das auf dem Kopf. Das rappt uns. Ich bin ja nicht bei König der Löwen, aber du. Ja, warte, warte, warte. Loll. Geht ihn ab. Ah, ne, 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 ne. Ich glaube, man, fuck. Liebe Lieben, du stich in den Schädel. Hey, come on. Sorry, Riffa, das war keine Absicht. Hey, Nana, was ich jetzt mal loben, was man nicht mal loben kann. Ich wollte eigentlich an dir vorbeischießen. Ja, ja. Ich wollte eigentlich... Bewege mich ein Stück nach vorne. Ja, 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 werde ich mir merken. In der nächsten Runde jetzt stirbst du als erstes. Das ist... Das ist eine Ankündigung. Wenn du das jetzt gelangt wirst, wirst du schon als erstes sterben. So, fertig. So ist eine Ankündigung. Na, da stirbt als erstes. Wer ihn töntet, kriegt eine Traitor-Wache von mir. Okay. Nur wenn du ein Traitor bist, dann generell. Alle schreien sich schon, okay, dabei ist doch gar keiner ausgewählt, wer Tier ist. Bin dabei, bin dabei. Du peidest. Ja, toll, ich bin Eno. Trotzdem, du wirst mit der Tierwaffe besorgen, wenn ich ihn nur mal auf über den Haufen Niete. Wenn du den Versprechen nicht einhältst, darf Cyber dich über den Haufen Niete beim nächsten Mal. Mhm, kann er ja versuchen. Komm her, komm du nur her da. Cyber ist Traitor. Irgendwann schießt, glaube ich, auf mich. Lock dir gleich eine. Willst du den Fight erst ab annehmen, Reaper? In der Küche? Nein, ich werde dich jetzt erstmal rächen, weil ich wollte gerade einer mit einer Diegel erschießen. Okay, ich wollte mir das. Wo, 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 wo wollte mich einer mit einer Diegel erschießen? Nee, der hier hochgerannt ist. Also ich bin halt mit euch. Ja, toll. Na, na, wechsel noch deine Primär- und Sekundärwaffe. Das ist Primär- und Sekundärwaffe. Ich habe eine Diegel in der Hand. Na, warte, eine Diegel, Na. Ich habe eine Diegel. Ja, na, wo? Hast du gerade aufs Cyberwatt geschossen? Nein, ich war da drin bei den Pharaonen und habe mir nämlich diese Waffe geholt. Und ich bin gerade, ich bin gerade hinter das Cyber und dir die Treppe hochgekommen. Cyber shoppen gerade? Ich shoppe überhaupt nicht. Das war auf jeden Fall die Traders. Wer, 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 wer viel ist? Warte, ich bin hier. Mord bitte. Wer fiel, wer fiel? Ich ballonziere hier gerade über die Dinger hier. Ich bin gleich tot. Immer da drin ist, hat die Dinger gehofft. Na, na, wo? Was machst du da oben? Ich ziele. Ist da keine, ich komme mit der Crowbauer hoch. Warte kurz. Ist da wirklich keine Leiche hier? Liegt der Koffer da? Nee, du darfst gucken. Nee, nee, der Koffer ist... Ich glaube, die sind bei den Pharaonen. Hier? Sind die die Pharaonen, ja. Derjenige, der das aufgemacht hat, ist wahrscheinlich hier runtergeplumpst. Ja, das dürfte Nana sein, oder? Das Koffer. Liegt da eine Leiche unten? Dann ist es Nana. Ja, aber man kann nicht runtergucken. Und Cyberwatt vertraue ich noch nicht. Ich habe gerade... Äh, dann... Na, wo vertraue ich auch gerade nicht. Hallo? Hey, Scho. Wo ist Nana jetzt hin? Wo ist Nana? Ich bin weggegangen. Lol. Hast du gerade Cyber runtergeschubst? Nein, Cyber ist runtergesprungen. Ernst? Okay, okay. Warte mal, warte mal. Der müsste... Wieso liegt hier noch ein Koffer? Denn das war der, der den Cyber eben rübergeschmissen hat. Koffer? Bewerfe ich einfach mit Büchern. Nein, da ist es. Ah, gut. Dann ist ein Abo. Die letzte, dann mal Nana oder Cyber entweder. Ach, du bist das ja schon. Okay. Ja. Ich stehe plötzlich vor dir. Wie sich das gehört. Was hast du denn geworfen? Das war ja cool. Das war eine Diegel. Ach so. Ich habe übrigens bei der Diegel in Zyras Richtung geschossen. So einfach, just for fun. Einfach mal. Hm. Wo bist denn du? Ich mag das mit der Tür. Bip, bip. Bip, bap, bap, bup. Hoch. Hm. Vielleicht irgendwas Nettes. Das da ist cool. Ich glaube, die ist reingekommen. What? Alter! Was ist denn das hier? Das war eine Disco. Wow. Ey, warte mal. Ich bin gerade richtig in die Lunge gesprungen. Was denn da passiert? Das war die Disco, die sich so hoch an die Wand katapultiert hat. Hat mich ein bisschen... Oh, ne. Ich weiß, die Disco gar nicht gehört haben. Solche Scheißlöcher in der Brücke. Ich war mir nicht so nett und hab gesucht nach dir. Das Witzige war ja, Reba hat so gesehen, wie jemals auf Cyber geschossen hat. Verfolgt also so, ich gehe nach oben und springe direkt so wieder runter, dass ich direkt hinter Reba und Cyber auftauche. Folgen, wie keiner von euch mitbekommen hat, dass ich euch einen Boomerang entgegengeworfen habe. Wem? Oh, ne. Euch dreien. Ich guck so... Ihr guckt mich sogar noch an. Wir dachten so, ja, es haben wir jetzt so, nee. Heute, kein Bock. Lass ihm doch mal seinen Spaß. Äh, was ist der Exploded? Egal, was es war. Ich war es nicht. Naja, so war es er doch. Alter, was ist das für ein Teil? Nein, ich bin bei dem Pharaon. Was ist das für ein Teil? Dann wer gleich kommt. Das ist eine Miene, die einen Traitor auslösen kann. Achso, die kann einen Traitor auslösen. Exel, ist es. Alter, wie schnell du. Nein, Cyber, nicht mit mir. Ich hab gesehen, wie du das Ding geworfen hast. Warum wird der hier jetzt so? Aber wo ist die Leiche hin? Bessen Leiche? Die von da wo. Ach, die war tot? Nein, es ist extra. Was? Du konntest nicht schießen? Was? Du konntest nicht schießen? Wieso das? Nein. Sorry, Davo. Ich hab ein Herz-Fuck gekriegt. Du steigst mir nicht. Weiter, weiter, Navan, Lala. Ja, Entschuldigung. Wo ist Del jetzt? Achso, freit an der Wand ab und bleibst in der Fall liegen. Funktioniert deine Maus noch, Lala? Ja, ja, die funktioniert noch. Das wäre so jetzt die erste Frage. Ist die Maus kaputt? Nee, nee, also, das funktioniert noch. Nur, ich konnte nicht mehr schießen. Ich hab nachgeladen, aber kein Schuss von mir verneckteter bei dir. Ich weiß, ich weiß, ich war auch witzig, fand einfach mal so. Hm, ich schieße fünfmal einen Headshot mit einer ACR. Denkt der Maier, kriegt Schaden? Nein. Ja, warum? Ja, nee, pff. Überbewertet, ne? Jupp. Headshot, das ist doch gar nichts. Nee, pff. Mach ich jeden Tag mindestens fünfmal, also von Fett ist am Tag. Und die Leute kriegen immer keinen Schaden. Sehr unnormal, wenn so einer anderen sterben würden. Dann wären ja vier zu viele Leute tot. Ja, eben, das ist ja das Problem und so. Was macht ein Decoy nochmal? Was macht ein Cyber da oben eigentlich gerade? Ich schulde. Decoy? Ja. Das ist eigentlich ein Fremdsignal. Also. Also bist du gerade Trader und hast es gerade gefragt? Ja, habe ich. Oder was noch, warten wir mal was? Vorrunde Trader, nein, okay. Nein, nein, nein. War das Fässer, Nana? Okay, war das Fässer. Was ist der nächste? Du huchst gerade so, ja. Ich schieße dir auf die Kisten. Red ich um, schieße dich auf die Kisten, Mann. Ja, ich habe auch einmal deiner Richtung geschossen. Ja, ich schieße dich auf die Geschichte auf Kisten. Ich habe auch nicht auf dich geschossen. Wo habe ich denn einmal auf dich geschossen? Ich habe in deiner Richtung geschossen. Ja, du bist da so irgendwo da hinten eingeschlagen. Ist doch recht sämlich. Warte. Ja. Kommt mal zum Eingang. Ich habe ein Präsent gefunden. Wo ist denn hier der Eingang? Süß, hast du das platziert? Nein, hallo. Ich kam von hier und habe es gesehen. Wie soll ich denn in der Seite das platzieren? Warte, ich gebe dir kurz mein Decoy. Hier. Pass drauf auf und ich nehme das. Das ist echt, das ist doch kein Decoy. Cyber-Bot ist der eine. Ja. So, so. Ach. Mann. Cyber, dein Ernst? Ja, ich weiß. Ich musste irgendwas jetzt machen. Und ich dachte, der Reaver steht da auch rum. Dann sprengst du deinen Kollegen hoch. Ja, ich dachte, der Reaver steht da auch. Ich dachte, das Geschenk hat mich gesprengt. Das ist, das ist doch ein Tee oder nicht? Oh gut. Ach, egal. Ich war gerade verwirrt. Da platziert man ein Geschenk, ne? Ich wollte das Geschenk nehmen und es hat nicht funktioniert. Hey, die Taube war aber auch schön. Nein, ich wollte... Ich dachte, du musst reingehen. Hey, ich hab ein Present for you, Cyber. Hey, ich hab ein Present for you. Sorry, Navo. Ich hab' meinen Winchester holen. Wo bist'n du? Hier liegt noch ein und so was. Yeeeey. Wobei, hier liegt ne... Leck, leck mich an der Marsch, ich geh' nach Hause. Ich bin glücklich, ich geh' nach Hause. Du bist am Arsch, du gehst nach Hause? Nein, ich bin glücklich, ich geh' nach Hause, ich geh' nach Hause. Tschüss. Ja, ich hab' ne Waffe gefunden. Meine Nachtschicht ist vorbei. Hübsche. Nö, kommen wir nicht mehr Nachtschicht, aber... Fängt doch gerade erst an. Ach, weißt du, da will man nach Hause gehen, aber ich bin besser auf den LKW-Fahrer doch schneller, das ist klar. Wo ist ein LKW? Irgendwie war da gerade der Flashbang, der sich nicht so gut hat. Ich hab' auch gerade irgendwas blitzen müssen. Die Flash. Und Ana ist tot. Nana hat die Flashbang geworfen. Okay, Nan. Warum ist Navo tot? Nein! Nana schießt auf mich, Nana schießt! Nana, Nana war's. Ja, wo denn? Hallo, wie wär's mal mit Koordinaten? Und er hat Cyber getötet. Hi. Oh, nice. Wow. Wow. Dass du auch nichts sagst, Nana, ich bin ja da fies. Das war irgendwie sehr strange, die Runde. Weißt du, weißt du, was ne Witze das auch war? Ich dachte gerade, ich hab' das Licht vom LKW geblendet, nicht, dass das mit Flashbang. Ja, hab' ich auch gedacht. Wurdet ihr echt, wurdet ihr stark geblendet, also... Ja. Hi. Hallo, wir haben kein... Dann hast du ein anderes Item vor mir. LOL, mein Finger wächst aus meiner Waffe raus. Ich würd' sagen, das klingt... Kann ich nicht sagen, Nana? Warum? Ich hab' keine Ahnung, Explosionen... Ich hab' keine Ahnung, Explosionen... Ich hab' keine Ahnung, Explosionen... Ich hab' auch von der Explosionen getroffen worden, ich weiß nicht, was explodiert ist, aber ich hab's auch abbekommen. Ich hab' 25 HP. Ich hab' 25 HP. Mach' sehr Spaß. Das sieht auch immer so aus. Aber, richtig... Die Omega zu sehen sind jetzt auch oder nicht? Die Omega zu sehen sind jetzt auch oder nicht? Ich glaub' die Omega zu sehen sind es nicht, oder? Ja, oder? Na gut. Ah, Plasma! Na, wo wir sagst du gerade, übrigens eben gesagt, nein, obwohl du noch im Leben bist. Was? Ich hab' gefragt, die, die wir zu sehen, also die tun, also das ist ja eigentlich nur... ...nana bisher. Achso. Das war'n Reflex, glaub' ich. Ach! Okay, gut. Ich mein' ich seh's nicht, also... Scheiße, wie das aussieht! 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 Warum? Willst du mich töten? Nein, aber ich bin so gar nicht... Wie die Akimpo's damit aussehen, ey, die Akimpo-Sitzung geht gar auf! Die mobben sich so ein bisschen ab. Okay, ich bin... Ich nehm' grad' nicht auf, weil meine Festplatte fast voll ist, aber das hier muss ich jetzt gar aufnehmen. Na, wo? Machst du was für Essen? Ja, ich bin dabei! Raus hier! Das ist meine Küche! Schmeck' ich was dann! Raus! Nein, du darfst nicht unter der Theke sitzen! Das... Kommt auch sehr merkwürdig! Ich will doch nur da stehen! Nein! Ich hab' in der linken Hand eine Akimpo und mein Finger ist praktisch... geht praktisch so irgendwie gefühlt... ... ne halbe Meter in die Höhe und dann nach vorne wie die Akimpo. Sieht ganz aus wie mein Finger... die zweite Waffe. Äh, Cheeseburger sind aus. Ich kann ne Palette geben. Ja, die soll ja auch gut sein. Ja, die schmecken gut. Hier ist die Palette. Ich steck dir meinen Finger in die Nase. Warte kurz. Mein Finger ist ne zweite... Kann auch abfeuern nehmen. Oh ja, geil! Okay, ich hätte auch noch ne Cola aus'm Eimer dazu. Ey, beste Finger aller Zeiten. Bin gut. Essen zum mitnehmen. Ja, ich weiß es nicht. Essen zum mitnehmen. Hui! Na, Traitor. Ihr habt die übelste Fingerakimpo hier. Das sieht bei mir so genial aus. Tschüss, Bye! Äh. Warte, ich nehme mal die Grenade aus. Wie sieht's bei der Grenade aus? Okay. Oh, du musst mir den mal korrigieren. Wie sieht's bei der Waffe aus hier? Hallo, WB8? Ja, trotzdem, du musst mich nicht korrigieren. Okay, was sich da jetzt merkwürdig aus? Was wird der Waffe hier? Das sieht nix merkwürdig aus. Ne, ne, ne. Möchtest du mal haben? Soll ich mal zünden? Es... Geil! Hahahaha! Das schmeißt du selbst. Ex-Warm-Kloppen. Was? Ich hab ne Waffe aufgehoben. Wow. Ich hab gar ne Waffe aufgehoben. Ich hab gar ne Waffe aufgehoben. Ich hab ne Waffe aufgehoben. Guck mal wo's er hängt. Oder? Ich hebe ganz kurz mal die... Die verbotene Fahrwaffe auf. Nur mal zu gucken, wie's in meiner Hand aussieht. Beim Fahrwaffen sind bei mir ne Hand verpackt. Okay, sieht normal aus. Abschein. Ich dachte ich aber nicht. Schlecht geworden. Weinst du ernsthaft? Ich nehm das Ding an und behalzt länger in der Hand als nötig? Wieso sind denn ein paar Waffen verpackt noch kommen? Das Ding ist wieder gehofft! Nur ein Bällchen. Ja, wenn das Teil schon gezündet wäre, wäre ja kein Thema. Weitere, denkst du? Wenn ich tief wäre, wäre ich schon längst gezündet oder so? Das sieht halb als ein bisschen pervers aus hier, wie meine Waffen aussieht. Naja. Das macht's keinen Spaß mehr. Er wirft in den Bewandern, das macht keinen Spaß. Da muss ich gleich mal ein Screenshot von uns schicken. Das sieht echt genial aus. Hi. Möchten Sie auch eine Cola? Cola? Ja. Ey. Ich hab leider nur noch Tassen. Der Eimer ist schon weg. Der war aber gut, der Eimer. Ein Eimer Cola, das wär's ja mal. Was ist das mit dem rauchenden Eimer? Oh, scheiße. Rauch ist davor gelandet. Die Spoke. Das mit dem Finger aussieht. Jetzt sieht voll wie so eine Rohrzange aus, sehe ich hier grad in der Hand. Was ist der Trader? Was ist der Trader? Was ist der Trader? Was ist der Trader? Ich nenne sie jetzt die Rohrzange Akimbo, weil es voll wie so eine Rohrzange aussieht. Was ist der Trader? 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 Ja. Zu nah dran vorbei. Ja. Zu nah dran vorbei. Alva? Ja? Eigentlich hättest du sterben müssen. Nein, nein, nein. Ich hab noch 1 HP, übrigens. Ich hatte 25 HP. Also ich weiß ja nicht, wie ihr euch da umgebracht habt, ne? Äh, ich hab ihm ne Plasma geäftet. Im Lüftungsschacht. Achso. Und ich hab ihn halt mit einer Necke beschossen. Das blöde ist ein Papa. Und ich hab das überlegt, weil ich der King bin. Akimbos! Die sind immer noch verpackt. Okay, ich nehm wieder die Akimbos. Die brauche ich jetzt unbedingt. Wille haben! Wille haben! Wille haben! Hinter der! Oh, ne Diegel. Ist die verpackt? Die sind überhaupt aufheben verpackt, oder? Okay, na gut rein. Ach, die ist, wenn ich die in die Hand nehme kurz verpackt. Das ist auch nice. So, wer möchte Müll zum Mitnehmen? Er schreckt ganz kurz seinen Finger aus, wenn er die Diegel in die Hand nimmt. Ich hab mir gedacht, die muss mir glücklich. Dankeschön. Ich hab mir gedacht, die muss mir glücklich. Dankeschön. So, wer möchte Müll zum Mitnehmen? Garnate da hinten! Jemand wirft! Nein! Garnate? Ja! Garnate! Genau, das ist neues Essen. Die Garnate. Sie ist gar. Eine Garnate? Ja! Mit Garnate! Maggarrate! Ich mach Garnate! Ich mach Granada! Oh, Müll ist aus! Entschuldigung. Das war falsche Hoffnung. Aber der Heimer ist wieder da. Haben sie noch Paletten? Ja, Paletten habe ich tatsächlich noch. Das ist gut. Da haben sie aber Glück gehabt. Bitteschön! Hallo, Salva! Tschüss, Salva! Hallo, Salva! Das schmeckt auch sehr gut zu Pommes! Ja, esse ich aber grundsätzlich immer mit Currywurst. Oh, scheiße! Mal gucken! Nee, Currywurst habe ich nicht. Aber ich habe noch einen Karton im Angebot. Nee. Karton schmeckt immer zu pappig. Karton! Ja, das stimmt. Da kann ich zustimmen. Hier ist das Spring Mine übrig. Vielleicht eine Coke dazu? Dann schieß mal drauf. Ja, ist schon tot. Also ist schon weg. Der ist immer ganz mies gewesen, der hier einfach vor dem Abgrund beim Fahrer-Oatings das Spring Mine platziert. Die hätte ich beinahe übersehen. Na, wer kommt hier jetzt gleich? Und... Wer ist kacke gestorben? Deswegen ist gestorben. Ja, das war das Essen. So, wer hat jetzt die Mine eigentlich zu mir reingeworfen? Das habe ich gerade nicht so mitbekommen. Der, der die Mine die ganze Zeit reinbringt. Hallo! Hi. Das war ein Balance-Arc. Ich bin hier gerade beim Fahrer-Oat. Ich bin hier gerade im Koffer hier. Möchten Sie auch eine Palette zum mitnehmen? Palette zum mitnehmen? Ja. Das ist die falsche Rifle. Wie gesagt, sehr gut zu Pommes. Wie gesagt, sehr gut zu Pommes. Wie du auf einmal herkommst. Ich habe sie überhaupt nicht erwartet. Das war eine Kasse. Oh. Ich geh da mal. Aber vielleicht Munition. Kann man auch gut älteren. Nein! Fast so gut wie Pommes. Kann das nur als Tractor den Koffer befreien? Ja. Aber ich war es nicht. Da musst du es gewesen sein. Sorry. Da muss es gewesen sein. Das kann nur einer von uns beiden gewesen sein. Sonst ist keiner hier. Ich war es nicht. Es gibt aber mehr C... Also mehr Cases als... Oder? Ähm. Ich weiß nicht. Wurzeln. Warten. Nein, nein, nein. Äh. Ich muss auf Nana schießen. Warum? Wieso? Weshalb? Wieso sollte man auf Nana schießen? Oh, das sieht aber nicht gesund aus. Aber der Typ atmet noch. Ich will da rein. Da wo, ich hab ne frische Lieferung an Akten... Aktenkoffer für dich. Warte, ich versuche gerade, ob ich noch mehr Exotik in das Essen bringen kann. Aber ich krieg das hier leider alles nicht zu fassen. Der drückt hier Dinge. Wer drückt? Hier ist einer der Dinge drückt. Hä? Wer Dinge drückt? Das ist nicht in Ordnung. Wo bist du denn? Ja, das sag ich euch Traitern doch nicht. Ich bin kein Traitor. Ihr seid beide Traitor. Ich bin kein Traitor. Warte, ich platziere Fässer vor der Tür mit dem Faszinator. Na, stehen bleiben. So ist gut. Da wo die Fässer stehen. Aber ich werde sofort drauf schießen, wenn ihr reinkommt. Ist übrigens irgendeine von den Türen. Und ich baue mir vorher noch einen Schutzwahl. Böses Fass. Ich dachte eigentlich, dass ich zu einem Case renne, aber war nicht irgendwie der Fall. Haltet ihr die Waffe da durch? Hm? Oh, Entschuldigung. Okay. Dir ist schon klar, dass ich hier sicher davor bin, ne? Du weißt, dass es Roller Mines sind, ja? Ja, ist mir klar. Aber ich habe hier einen Zaun drin, falls es dir einfällt. Ja, ja. Ja. Get away from it steht auf dem Roller Mines. Wie lange braucht die denn? Wieso liegen hier Kimbos in der Luft? Ja, das habe ich mich auch gefragt. So, bisschen Action da drin. Wow, sie hüpfen über den Zaun. Das macht mich irgendwie... Ich fühle mich unwohl. Mann, sind die hartnäckig, die Biester. Okay, jetzt bin ich safe. Kannst du durch die Nüftung schaffen, oder? Möchte ich das? Ob die so hoch hüpfen können, Leute? Sie können's. Ich habe keine interessiert, dass meine Leiche da einfach rumliegt. Wo denn? Die lag da wie ich vor deinen Füßen. Bei mir? Ja. Die Roller Mines sind da rübergeräumt. Im Grunde war es sehr witzig. Ich schieße mit der Kimbo auf den Fass. Das war das hintere Fass. Das vordere Fass fliegt mir in die Fresse und explodiert. Okay. Ja, es war... Es war... Es war... Es war... Witzig. Hat sich genauso wie... Ein blauer Huge. Die da, wo nicht mehr... Nicht mehr auf mich geachtet hat, dann ich einfach mit Headshot verpasse. Ich habe schon wieder vergessen, wie ich gestorben bin. Ich hoffe, ich kann mich jetzt gleich bewegen. Es ist die letzte Runde, die ich meine... Ich stehe rum und dann. Ich habe eine blaue Huge. Ist das nicht cool? Ja, ich darf mich bewegen. Yay! Ja, ich bin im letzten Augenblick... Ich wollte noch meine Farbe einsammeln. So, Cybert hat eine RGB-Rank. Und die ist aber zugeschnappt. Da konnte ich mich gerade nicht bewegen im Preparing. Übrigens, das konnten wirklich nur Traitor, oder? Den Koffer da rausholen. Ja. Du musst das Glas zerstören. Das ist eine Traitor-Falle. Ja, dann war es klar, dass das Ding auch zerschießen. Witzigerweise. Ich glaube, jetzt fällt mir auch wieder ein, wie ich gestorben bin. Man muss übrigens auch... Das ist halt ein Traitor-Teil. Wenn die Traitor alle Dings Koffer wegbringen, dann hat Traitor Wind. Recht? Okay. Ich habe Paletten zu verkaufen. Neu beim Burger King. Paletten. Ey. Scheiße, die Palette ist drüber gefogen. Die berichte Palette. 10 Euro. Ey. Palette. Paletten zu verkaufen. Ey, warte. Paletten zu verkaufen. Warte. Welches Case ist offen? Guck mal, ein Parahona. Das oben. Ich kann es nicht gewesen sein. Das oben. Einer von diesem Raum hier drin ist Tee. Nein, meine Palette. Ich kann es nicht gewesen sein. Nein, meine Palette. Ich bin der Burger King. Ich kann es nicht gewesen sein. Äh, das kann leider nicht sein, Dana. Ich habe euch die ganze Zeit angeguckt, wie soll ich das Ding bitte aufgemacht haben. Was? Nein, ich habe auf dich geguckt. Nee, aber du hast dann hochgeguckt kurz. Der steht da auch schon. Mann, die Türen auf mich. Boah, die ist denn nicht zu Türen. Wer ist denn jetzt? Wer ist denn jetzt? Äh, das ist immer so. Na, na kann es saubern. Ja, ich kann Marmeloft zum Stecken bringen. Ach, die Struktur, Manu. Uh. Palette. Wollen Sie eine Palette haben? Wollen Sie eine Palette? Wie war? So, ich setz mich jetzt mit einem guten... Spiel es gerade raus. So. Wollen Sie eine Palette kaufen? Wollen Sie eine Palette kaufen? Be 10 Euro. Ich werde mich jetzt mit einem guten Buch hier auf die Bank setzen. Wie man das in einem Museum so macht. Oh, da schießt die Bombe rüber, der Cyberbot. Ja, und noch jemand hat was gemacht. Ist überhaupt schon jemand tot? Dieser scheiß Mille bin nicht weg von mir. Na, wo lebst du? Äh, Nana lebst du noch? Sorry. Äh, ich leb noch. Ich war's? Ich war's? Ja, das ist klar. Cyber hat die Mille zur Explosion gebracht. Darum liegt die auch noch. Ja, die explodiert und bleibt liegen. Das ist normal. Oh. WTF? Shit. Wie ist denn jetzt alle Angst vor dem Mille? Na, na. Na, na. Ja. Oh. Oh. Kann eigentlich jeder von uns gewesen sein. Die anderen beiden waren auch hier, glaube ich, oder? Wo sind jetzt alle? Äh, irgendwo hier rum. Ach, dahinten. WTF? Excel, komm mal her. Was? Vorsicht, die Rollen kommen. Hier unten. Was denn? Äh, stell dich mal, äh... Bitte nicht erschießen, ich lese gerade. Okay. Bist du hinterm Busch? Äh, geil. Äh, Na, wo? Kommst du mal kurz her? Wow. Wehe, du bringst dich jetzt um. Nein, nein. Äh, Leute, ich komm mal kurz hier noch unten. Hier vor das Schild. Ich komm hier nicht raus, ich hab mir grad... Bleib doch mal stehen. Bleib doch mal stehen. Und, schau mal... What? Was? Warte mal. Da ist ein Kerl da hüpft. Hallo? Ah, ja, okay. Ne, ist klar. Wow! Da hat jemand auf mich geschossen von euch. Werd geschossen. Ich hab mich schon gut. Jemand von euch hat mir... Hat mir grad 40 damage gemacht. Mit der Pistol. Pack dein Pistol aufs Reaver. Ich hab ne Pistol. Aber ich hab keinen Schuss. Schieß mal damit. Schieß einmal damit. Ne, guck mal, ich hab keine Munition da verbraucht. Ja, dann schieß trotzdem einmal damit. Schieß trotzdem einmal damit. Der ist zoned. Warte. Okay, du hast nicht die Pistol. Hä, das ist die Pistol. Also ich heiße die Pistol. Und, äh, Cyber hat auch nicht die Art Pistol, außer hat jetzt die weggeschmissen. Du meinst diese P200... Na, na, ne Taube! Okay. 28... Boah, war das knapp. Da stand ich neben. Ja, das war Dana, hat er gesagt. Heilige fucking Scheiße. Entschuldigung. Ach, komm. Da oben. Hi. So nicht now. Boom. Nein! What the fuck? Wie kommst du bitte hier rein? Das war die letzte Woche, oder? Dann würde ich sagen, das war's für diese Aufnahme. Bis zum nächsten Mal und tschüss. Tschüss! Tschüss! Tschüss!